So Leute, wie in der letzten Folge angeteasert und wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, heute geht es nämlich um einen eigenen Discord-Server. Natürlich existiert dieser Discord-Server schon seit einem halben Jahr wahrscheinlich, da ich so nach Muffinmann, das ist ein Freund von Olaf, der erste war, der einen gegründet hat, aber da Muffinmanns Discord zur Zeit sehr, naja, ausgelastet ist, niemand spielt mehr groß drauf, dachte ich, ich könnte meinen ja nochmal hochpreisen, indem ich den auf dem YouTube-Channel bekannt gebe, da er eigentlich nicht groß von meiner Community genutzt wird, sondern eher, naja, von so Privatleuten wie Freunden von mir, Olaf und so weiter. Och komm, wir hatten jetzt schon einen Bogen. Seht euch das an, da kommt schon ein gelber Typ an, ein gelber Dude, der hat einfach keinen Bock auf Leben. Deswegen denkt er, komm, ich zerstöre das Leben von anderen Leuten, jetzt gleich wieder runterspringen. Jetzt will er zu unserem Bett gehen und jetzt gleich stellt er hier fest, der Blaue. Ach, warte mal, Gelb war ja ein Gegner. Und jetzt kommt noch ein Roten. Ah, leck mich. Wart's ab, jetzt gleich tötet mich noch irgendeiner von hinten. Jemand, der denkt, greife ich den nochmal an? Der Hahn mag das sicherlich. Oh, dankeschön, für den kleinen Boost. Du, kleiner Schlawiner, du. Ja moin, ja moin. Ich bleib hier drin. Ah, was willst du machen, hä? Was willst du machen? Oh, komm, was willst du? Geh weg mit deiner blöden Picke. Nee, nee, nee. Oh, ich renne weg. Kennt er mir hinterher? Nö, er traut sich nicht. Das ist die Sache. Das ist die. Ganz einfach. Oh, komm, komm, komm. Hab ihn. So läuft das hier bei uns, hä? So läuft das hier bei uns auf dem Ponyhof, Digga. So ist das. Eben zu dem Team rübergehen und zerstören. Aber weitere Sachen zu meinem Discord wollt ihr wahrscheinlich erfahren. Ihr könnt einfach unten auf den Link in der Beschreibung in meinen Discord reinkommen. Ihr klickt da drauf. Und dann müsst ihr, glaube ich, noch auf eine andere Seite gehen. Da steht einfach, wollen sie diesem Discord beitreten oder so? Komm, komm, ich jetzt ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ach, komm, wer schießt mich denn jetzt? Nö. Gommel leckt schon wieder. Komm, kein Bock mehr. Guckt euch diesen gelben Spacken da oben an. Ach, er wird getötet. Nee, doch nicht. Und dann seid ihr eigentlich schon in meinem Discord drin. Ihr seht, also, wenn ihr drin seid, werdet ihr, wenn ihr die Oberfläche von Discord nicht kennt, solltet ihr euch am besten ein Video dazu einmal ansehen und das runterladen. Ich werde auch den Download-Dring einfach mal in die Beschreibung packen. Und natürlich auch alle YouTuber, die in diesem Discord-Channel drin sind. Und die werde ich jetzt einmal für euch, naja, aufzählen. In dem Discord befinden sich ein YouTuber, zum Beispiel ich. Wer hätte es gedacht? Olaf, Nutrex, Dentax, Koraka, Der Muffinmann, Einwechslung, Flarewave, Django, Jens. Und jetzt habe ich irgendjemand vergessen, der mir jetzt aber nicht einfällt, weil er mir scheißegal ist. Oh Gott, jetzt weiß ich, wer es ist. Es ist der liebe Prime Crime. Wenn ihr das jetzt sieht, ne, ich glaube dann, dann bin ich tot. Für alle, die sich wissen, der hat wieder irgendwie einen neuen Kanal gemacht. Ich werde, ich werde gar nicht mehr, glaube ich, die Kanäle von denen verlinken. Guck mal, Einwechslung hat jetzt auch einen neuen Kanal angefangen, weil er bei die Freaks irgendwie rausgeflogen ist. Sowas finde ich einfach nur noch lächerlich. Ganz ehrlich, macht einen Kanal und fertig ist. Prime Crime hat jetzt einen neuen angefangen. Finde ich auch, finde ich einfach nervig. Aber da können wir mal in einem anderen wieder... Ach komm, du kleiner... Das habe ich doch von der Seite schon gesehen, wie er mich da einfach abgeschossen hat. Aber darüber können wir auf jeden Fall in einem anderen wieder mal drüber reden, weil sowas regt mich komplett auf. Ich habe zum Beispiel auch diesen Kanal mit ein paar anderen Leuten gestartet. Da die dann keinen Bock mehr hatten, habe ich mir nicht gedacht, starte ich einfach mal einen neuen Kanal. Nein, ich habe ihn übernommen. Und da hat gerade jemand den Jackpot von einer Million geklackt, nämlich Chemo King. Ah, der kleine lieber Dude. Hi! Oh! Da unten ist er, da unten ist er mit seinem blöden Bogen. Da unten ist er halt. Er denkt jetzt, komm, schieße ich mal mit dem Bogen auf den. Das ist eine sicherlich sehr kluge Idee, da ich bedenke, dass er hinter einer Mauer ist. Ist jetzt das Schaf explodiert schon? Ich habe Angst. Ach komm, hör doch auf! Komm, chill dein verdammtes Leben. Ah, nö. Da ist ja gar nichts drin. Hall! Aber was geht hier ab? Ich laufe durch die ganze Base einfach. Oh, richtig verarsche ich die Leute gerade. Wissen die wohl, dass ich noch lebe? Ach, egal. Ich hätte ja ein schönes Leben. Ich bleibe jetzt hier stehen. Ich lasse die Zeit einfach vergehen. Oh, Leute, seht ihr das? Da ist der Grüne. Und jetzt werde ich mich reinschleichen. Oh, und vielleicht die Kissen abbauen. Das wäre ja mal unglaublich, wenn das hier funktionieren würde. Da komme ich doch niemals mit der Fok- Ach, ich kann ja auch drum gehen. Oder durchgehen, besser gesagt. Guck mal. Die Kiste ist halt genau vor der Tür. Er kann gar nicht durchgucken. Oh, ist das witzig. Bett. Ja! Zwei Betten in der Runde zerstört. Und jetzt müssen wir nur noch die zwei Grün töten. Und Leute, ich hoffe erstmal, dass sie diesen Discord-Joint, da ich mir jetzt mal so zwei Stunden Mühe gegeben habe, den komplett neu aufzusetzen. Das bedeutet, ich habe alles neu gemacht. Channel verbessert. Channel... Ach, komm, diese Stadt, der da an der Ecke. Channel-Designs verändert. Und extra Channel für euch gemacht. Zum Beispiel gibt es hier Channels von Games. Da gibt es verschiedene Games, wo ihr einfach mal reingehen könnt. Zum Beispiel CSGO. Da können halt bis zu fünf Spieler rein extra. Weil mehr könnte man bei CSGO nicht so spielen in einer Party. GTA... Fortnite gibt es da auch einen extra Channel. Da das Spiel ist ja irgendwie auch... Ach, komm, da war ein Loch. Da das Spiel auch irgendwie komplett im Hype ist und das alle zocken. Und da werde ich wahrscheinlich auch öfters mal drin sein. Das heißt, wenn ihr Fortnite habt und Bock mit mir eine Runde zu zocken, dann könnt ihr da gerne mal reingeladen. Spielen wir eine Runde. Und da ist mein Teammate gerade peinlich runtergefallen. Mir ist das ja noch nie passiert. Und dann gibt es natürlich... Ach, komm, wieso kommt der denn mit einer blöden, kompletten Rüstung an? Jetzt ist er weg. Ach, das war der letzte. Naja, es gibt auf jeden Fall viele Channel. Da könnt ihr alle reingehen. Vielleicht werde ich euch doch einfach mal besuchen, wenn ihr wollt. Natürlich werde ich auch noch spezielle Aufnahme-Channel für keine YouTuber machen. Da werde ich dann persönlich nicht reingehen, weil wenn ihr da drin seid, nehmt ihr wahrscheinlich auf. Naja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Oder es war, glaube ich, schon etwas länger. Und wenn ja, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Schaut auf jeden Fall auf dem Discord vorbei. Und ich sage tschau, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch euer Best. Bis zum nächsten Mal.